Musik Voll übertrieben, Alter. Hier, fangt. Oh, nein, nicht Depp. Warum machen sie die Granaten bei einem selber Schaden? Sollt ihr schön gucken, hier sind zu gute Verstecke für eine Kanope. Ja, ich vermute, dass irgendwie... Stimmt auch irgendwo unten im Nebel. Hm. Okay, hier geht es scheinbar nur weiter, wie wir den Kristall benutzen. Na dann. Also ich finde keine Kanopen oder so, also die Sair ist echt, äh... Hm. Oh, oh. Wieder ein Wave-Event. Was ist das? Anscheinend irgendwelche Selbstschussanlagen. Vergiss es. Oh, wie lange lebt der denn nach. Hala. Nun, da ist richtig Spaß, ey. Hier, Granate. Äh, nee, TNT. Wer macht denn da immer... Wer ruft denn da mit dem Posthorn Leute an? Ich habe meine... Ich habe meine Zombies. Das ist... 네. Es ist ein necromantischer Zauberspruch gewesen. Keine Posthorn. Ba, 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 Ba. Ein Minotaurus. Wo? Hake, hast du dein Ulti ready? Ich wüsste mal gerne, wie viel Schaden das an dem hat. Schaden nicht. Ich würde mal ein bisschen was aufsaugen. An die Grieche sind tot, oder? Oh shit, oh shit, oh shit! Was war das? Oh, sehr gut. Wo ist meine Ulti-Weapon? Jetzt reicht's aber hier. Bam! Team Kamerad besiegt. Heißt das, du bist dauerhaft tot, oder kommst du nochmal wieder? Ich glaube, du musst... Den können wir wieder aufheben, oder? Also, bei mir geht auch ein Counterhound. Ach, hier sind solche Sarkophage. Sag mal, wie viel hält der denn aus, mein Ernst? Lassst du mich sehen? Ich glaube, ihr müsst uns... Ich glaube, ihr müsst uns aus den Sarkophagen rausholen, kann das sein? Ich kann's probieren. Das ging aber einfach. Nein, okay. Eins von vier. Okay, ich darf viermal sterben, okay? Ich lebe wieder. Aber ist der Typ jetzt endlich tot hier? Nee, noch nicht. Wer lebt hier immer noch? Oh, endlich, Alter. Jetzt hab ich das... ...Ulti wieder ready, aber jetzt ist alles tot. Oh, heilt dran, heilt dran, heilt dran. Oh, ja, aber ich glaube, den brauchen wir alle. Also, wenn's mehr hat eingehäbt, wäre das schon super. Ja. Hier ist noch Werner. Hier ist auch noch Werner. Ja, ist doch vielleicht doch ein bisschen schwerer als einfach. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn wir... Das war aber einfach nur schwer, weil es überraschend kam, aber jetzt... ...wissen wir ja, dass wir uns auf sowas einstellen können. Okay, hier geht's schon mal regulär weiter. Ist auch noch ein Heiltank. Ja, einen brauche ich, ich hab noch keinen. Ja, der ist auf dem Weg dann, auf dem regulären Weg dann. Also, vor Urnen haben wir aber nicht wieder gefunden, oder? Nee. Hier sind vorne gestrübt, ich vermute mal, da müssen wir durch, weil auf der anderen Seite ist so ein... Hier habt ihr schon gehäubert, okay. Ich hab ein Rätsel gefunden. Hier ist eine Katze. Stimmt, Katze, stirbt. Ich hab ein Problem. Nein, jetzt spiel ich mir das TNT da um die Hohen. Warte, lauf, lauf. War das knapp, okay. Alles gut. Wir brauchen... ...Info-Stream. Oh, Mann. Oh, Mann. Und einen hockenden Typen. Was ist denn, wo ist der Stab gerade? Nur ich, nur ich, alles gut. Ich hab Scheiße gemacht. Hier ist die Lösung. Ich hab in einer Falle gesprungen. Könntest du so weit mitschießen? Ja. Äh, dieser, keine Ahnung, unten ist doch dieser hockende Typ? Ja. Siehärts so? Genau den. Dann die Füße, oben. Dann noch zweimal den hockenden Typen. Dann die Füße. Und zuletzt den Hasen, was du so mal is. Jupp. Okay. Sehr gut. Oh. Käfer. Oh, Eis. Ein Ringkran. Hübsch. Und Gold. Da war noch ne... Da ist ne Waffenkiste, wenn ihr wollt. Oh, ne Sniper. Garantiert an allen Kanuten vorbeilaufen. Das ist aber auch, ähm... Ich hab ja noch keine gesehen. Doch, eine. Ja, eine, aber... Eine, eine, eine einzige. Kann nicht sein, eigentlich. Was ist, wo wir es gerade davon haben, was ist das da? Eine Kanoppa. Oh, nein. Eine Kanoppa. Gut gemacht, sieben. Ah, wenn ihr mich nicht hättet. Hätten wir wenn anders. Ach, das braucht ihr noch. Was ist hier um? Da, da hab ich sogar in die Richtung geguckt. Da hab ich zu weit nach oben geguckt. Oh, hier haben wir alles... Soweit. Ich brauch nur nen Heiltrank. Heiltrank. Da ist einer auf dem Weg gewesen. Ja, ja. Da bin ich vorhin geverreckt an dem Rätsel hier. Also da ist ein Heiltrank davon. Denk dran, nicht, nicht, äh... Genau. Nicht in die Flammenhülle fallen? Nee, vor allen Dingen nicht hier irgendwelche Flammen anschlagen. Und am besten springen. Also, äh... Ach, da unten sind ja mehr fallen. Wie süß, danke, Spiel. Da vorne ist auch eine Kanoppa. Naja. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir runter. Vorsichtig. Okay, du hast eine Falle deaktiviert. Hier ist irgendein... ...Klingfälze. Heiß, heiß, heiß. Ein Skelett. Können der einen haben ja bitte noch mal auf die Produktplatte treten? Au, verdammt. Näh. Ich will niemand drauf drinnen, nämlich. Und dann da hinten schießen, Steven. Ach, der sieht das nicht. Was denn? Ich sehe ja nichts. Muss man anders schießen. Ist aus, Arkes. Ich treffe es nicht. Ich kann zu von dir das nicht treffen. Geh mal ein bisschen nach rechts, Baluge. Weiß nicht, wo ich hin treffen muss. Mach die ganze Zeit rollen, dann geht das. Okay, sehr gut. Ey, jetzt verreck ich doch nicht wirklich, weil ich dich retze. Was ist das für eine Scheiße? Oh. Nicht in die Stacheln. Okay, das sieht lustig aus hier. Was ist das hier, Indiana Jones, oder was? Okay, das geht doch mal. Alter. Das ist aber ein perfekter Raum, um Krams zu verstecken. Katzen, Krams, irgendwas. Alter, was ein Raum. Laser-Rätsel, scheinbar. Wenn man wieder Sachen zusammenstrahlen muss. Wow. Wow. Das ist laut. Ich lege es nach oben. Das ist doch wieder diese blöde Gisela, oder? Katze? 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 Ich sehe. Begone, die Fernel-Kat. Also bei mir hier ist auch noch so ein Fuss, ich habe keine Ahnung, wie ich sie aktivieren soll. Oh dear, I hope that doesn't come out of anyone's Payslip. Alter. Wenn doch. Irgendwo, ne? Hier sind noch Stacheln, hier ist der Pad nicht aktiviert. Ich glaube, ihr müsst den Strahl erstmal noch umleiten, bis wir alle anderen aktiviert haben. Kann das sein? Naja. Weil hier vorne sind nämlich Stacheln zum Beispiel. Genau, schieß mal in meine Richtung da. Ha! Nicht auf mich, aber in die Richtung. Da hier vorne. Kannst du das erreichen da? Hinter da? Ja. Sehr gut. Und jetzt? Sieben, meistens muss man dann irgendwas anschießen. Was sich geöffnet hat dadurch. Guck mal, hier an der Wand ist so ein Dings. Das könnte sich öffnen, aber ist es gerade nicht. Irgendwas fehlt noch. Guck mal, ob noch irgendwo ein anderer... Ah, auf der anderen Seite... Nein, da, warte, lieber weg. Ja. Ich sehe es. Da einer draufstellen. Ja, hier, es aktiviert. So, die Stacheln sind auf. Jetzt können wir da den Laser wahrscheinlich weiterdrehen. Aber wohin? Hier, wo ich stehe, ist noch eines. Das könnte Steven sogar von hier aus erreichen. Ach da. Das ist da der Dings offen. Oh. Zyron, stell dich mal auf die Platte. Ich steh schon hin. Nee, auf die Platte da. Das sieht nicht so gut aus, Steven. Jetzt müsste man irgendwas anschießen können, da oben. Okay. Ja, Ninja, ich komme ja durch. Okay, und jetzt müssen wir den... Ich habe mich aufgerichtet. Das... Ja, nee. Ich habe mich schon die ganze Zeit umgeschaut. Nichts direkt gesehen. Leuchtet ja auch immer leicht bläulich. Das sieht ja ziemlich nach Endgegnerraum aus. Na gut. Dann probieren wir es doch mal. Ist hier noch irgendwo... Hier sind die Katz. Hier ist der Katzenraum. Ich hoffe, noch eine Katze irgendwo. Ja, ich habe auch gerade noch eine gehört. Ach, die ist direkt hier drüber. Okay. Katzenraum. Katzenraum. Goldene Katze. Nur eine goldene Katze ist das letzte Mal. Gab es da irgendwie jede Menge Kisten, ey. Wird auch immer ärmlicher. Das Lustige ist, die letzte Katze war direkt über diesen sechs Katzenköpfen hier oben. Gut versteckt. Über die Tür. Da, wo man sie nicht erwartet. So jetzt hier Canope noch irgendwo. Die muss ja hier sein. Dieses Spiel ist halt gemein. Wahrscheinlich sind wir schon ganz am Anfang vorbeigelaufen. Das waren halt so lange Räume ohne, dass das wirklich so man meinen könnte, ne? Irgendwo haben wir die übersehen. Das zeigt dir auch nicht an, dass du jetzt die zweite gefunden hast oder die dritte, sondern einfach nur eins von vier. Gemein. Na dann, holen wir uns mal den Antgechner, würde ich sagen. Ja, ist die Tür irgendwo? Der rennt gerade nochmal zurück durchs Level. Ja, da ist in dem vorigen Raum unterwegs. Na, Hightrank habt ihr auch nicht zufällig nochmal irgendwo hier gesehen, ne? Hast du, es hat sich verstanden. Ähm, vorne in einem Raum habe ich einen gefunden, aber den habe ich auch gebraucht. Die ist auch keiner hier, oder? Ich habe keine gesehen. Da ist doch ein Potion. Wo, wo, wo? Ich habe es gerade gehört. Wo? Da oben. Oh. Nice. Danke. Noch mehr? Hm, ja, keine mehr. Alle jetzt da? Ja, sie wird zuhören. Lass uns unsere Kräfte vereinen. Wind, Wasser, Feuer, Luft. Liebe. Oh, oh, eingesperrt. Das ist dieses Artefakt. Ah, nein. Soul Gauge and Boss. Ich habe einen guten Schuss ready. Lass uns mal irgendwo hingehen, wo wir nicht mitten auf dem Feld stehen, oder? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Man kann meistens eine Ecke besser verteidigen. Hier ist es ganz gut, hier ist eine Ecke. Ich habe eine ganz gute Ecke von... Wo ist die ganz gute Ecke denn? Komm auch mal dazu. Also, hier kommt nichts von hinten, denke ich mal. Man hat direkt ein paar Fallen vor sich, die man auslösen kann. Da kommt doch direkt Rambazama. Kommt wieder Steven, seine dämliche Armee. Oh, die rettet uns aber guten Arsch da. Meine Herren. Das ist wieder die erste Wave von dreien, oder? Ja, das ist aber irgendwie gerade total wenig los, ja. Ich finde, ja, das ist wahrscheinlich wieder nur ein einzelner Gegner, der noch lebt. Den müssen wir besiegen und dann geht das Ding da auf. Jo, jetzt. Oh, jetzt ist der Käfig. Zack. Ja, heu rum. Aber eine Ultimate-Waffe. Aber noch 500er, aber ist schon mal besser nix. Haben wir irgendwo Munition hier? Das war auch noch eine Ultimate-Waffe, ey. Das ist Sniper-Waffe. Wow. Ah, ja, gut, nur Sniper-Waffe ist jetzt nicht so hoch. Ist das Optimale, ne? Ne, nicht so richtig. Ich habe auch nie. Sie sich aus dem Nichts die Erde teleportieren, wer glaubt euch das eigentlich? So, I'm glad it's ready. Wer ist gestorben? Zieren, glaub ich. Sehen, aber auch nicht. Können wir nicht der holen? Ja, und irgendwo müssen... Sehe ich's. Was denn? Ich klopf einfach gegen an, okay. Das hat rausgegangen. Ja, das geht dann ruck-zuck. Komm raus, komm raus, alle gut. Nix passiert. Ach so, rausgehen, okay. Sniper macht aber nicht wirklich Abgriffs dafür, dass es eine Special-Waffe ist und ein Sniper. So, wir jetzt einen Mops noch besiegen. Sollt das Ding ja wieder aufgehen. Sieht ihr immer noch? Hier ist einer, unten in der Mitte. Ein Sperrwerfer. Ja, ja, laber weiter, Gisela. Laber, 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 laber. Faralion ist umzingelt. Von was? Keine Ahnung. Bei mir steht Astus ist umzingelt. Bäm! Wahrscheinlich sind um uns herum überall Mobs gespawnt. Sonst würde das da nicht stehen. Ja, ja, mach ruhig ran da, damit deiner blöden Masken hier. Wo ist denn immer noch mal mehr als zwei Gegner? Schieß den Arsch! Zack! So sieht's aus. Blödes Ding deiner Hölle. Oh, den blase ich jetzt weg hier. Hat ja gut funktioniert. Ja, das kann das nicht gut zielen, muss ich sagen. Oh, shit. Ich bin nahezu tot. Wer ist denn da schon wieder gefallen? Ich, ähm, der hinter mir einer von diesen Feuerfeakern gespawnd ist, wie ich das nicht gesehen habe. Der ich mit zwei Sniper rumballert habe. Kill them all? Nee, 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 das mal. Hilft der Mino noch? Nee, ne? Ja, ja, doch, da ist noch einer. Ja, den kriegst du nicht so schnell dauernd. Vielleicht hilft es denen, in der Trap zu... Ja, oh, komm, langestimmt. In der Trap zu schicken. Da ist noch ein zweiter, der vollkommen am Leben ist. Ich bin halt dran getroppt, das kommt mir gerade recht. Ja, das... Wo hast du den hergekriegt? Entschuldigung. Gibt's doch nicht, ey. Ein Mino ist tot. Das wieder ein halt dran getroppt. Ein paar viele Jungs und Mädels, die hier mit Flammen spielen. Ah, hier ist ein... Ah, die droppen die dann, wenn die sterben, ja, nice. Also hier liegt wieder ein Halt dran, falls einer braucht. Kann er mich jetzt aufgeben? Bist du schon wieder tot? Ja, ein Minotaur ist einer von den zwei Minotaur ist. Ich auch ein Minotaur ist. Noch ein Minotaur ist da. Hat einer jetzt Dings gerettet? Zyran habe ich gerettet, ja. Ja, Zyran. Das Ding hinüber. Jawoll. Juhu. Yay. Haben wir gut gemacht. So, Leute. Das war's aber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Ich bin Feintrampler, ich bin anscheinend, weiß ich auch nicht. Ich bin Feintrampler, ich bin Feintrampler, ich bin Feintrampler.